ENERGY HIT MUSIC ONLY Dein neues Studioalbum wird bald eröffnet. Was können wir erwarten? Es ist ein Schritt für uns. Ich denke, was die Fans erwarten können, ist eine Progression von den letzten zwei. Es gibt viele Dinge, die Leute mit familiarisieren. Und es gibt ein neues Territory. Es gibt ein paar verschiedene Lungen in Songs, das für uns ist spannend. Ich denke, es fühlt sich als ein großer Pop-Album. Es ist Spaß. Da haben sie nach einem Regenschirm und nach einem Kamm gefragt. Ich werde dir mal auf den Grund gehen. When you signed your label contract, you asked for an umbrella and a comp? Okay, ich bleibe hier. Why that? Well, in England, it rains a lot. Like Germany? Quite simply. Hold on, he's just gonna... Continue. Continue. It rains a lot. Like in Germany, in England. And... It's alright, carry on. I'm listening, I'm listening. I'm kinda done. I'm sort of done. That's the end. We... This is the same comb. The same comb? That I asked for my record. Yeah, it's the same one. Six years later. So you like combs, why? To comb my hair. Also sie stehen... They're just practical. They're practical for me. Er steht einfach extrem auf Kämme und anscheinend... You like them too, right? Okay. Zwei Combs. Zwei Combs, ja. Ich dachte immer, ich wäre die Einzige, die sich gern die Haare kämmt. Aber die beiden machen das auch ganz gerne. Crazy. What's your favorite dish? Ich frag mal nach Ihrem Lieblingsessen-Themawechsel. Okay. I like... Are we talking food, right? Yeah. I like everything. All of it. A buffet. If I was on death row, my meal would be a buffet. A buffet. Choice of everything. Also er mag eigentlich alles ganz gerne und er hätte am liebsten alles von allem. Sehr souveräne Antwort. What about you? I like... Chili. I like things that are very hot. The hotter the food, the better for me. Okay. Er mag es sehr gerne heiß. Also übersetzt heißt es scharf natürlich. Viel Chili. Und wir sind informiert. Ja. Why is Energy Berlin the best radio station in the world? Warum ist Energy natürlich der beste Sender? They have the biggest posters. So they must be the best. And the most beautiful presenters. Yeah. Ich komme ganz schön ins Schwitzen hier zwischen den beiden Jungs. Meine letzte Frage an sie ist, was sie euch da draußen noch sagen wollen unbedingt. Ich glaube das spricht für sich und what about you? Make some noise. Das war's. Ich gebe zurück. Ciao.